hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir müssen auch heute am 8 dezember das advents kalendertürchen öffnen und moment legen gleich los ein schaukelpferd ist zu sehen beim ersten penny adventskalender beim zweiten penny adventskalender müssen weiter runde gehen was kommt jetzt ich sage mal so es ist ein schneemann so erinnert ihr euch noch das war der adventskalender den sowohl im penny als auch im aldi gab und ich ihn aber im penny geholt habe auch hier müssen wir das türchen öffnen findet nur gratis hier unten ist es natürlich man kann es nicht erkennen was innen drin aber hier erkennt man schon ist es eine stern schnuppe beim kaufland adventskalender sieht man hier direkt muss man nicht viel machen die form verrät schon alles was da kommt das ist ein stern bei dem häusler adventskalender kommt was mehr schokolade klar kurz einwirken lassen moment also ich sage mal so es ist kein typisches weihnachtsmenü oder so was man sonst kennt bei dem aldi adventskalender ich tatsächlich auch so ein jahr habe müsste jetzt dasselbe kommen wie in den minions und wie man sehen kann es ist auch die sterne schnuppe der kalender wackelt ein bisschen und dann sage ich mal bitte like das video lasst ein abo da wir sehen uns dann morgen